Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung auf meinem Kanal. Wir hören Böse Häuser von Nicola Föck. Es ist bereits der zwölfte Band der alten Krimi-Reihe mit Kommissarin Ermin Mangold. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Prolog Frau Reindl, was verschafft mir die Ehre an einem so wolkenverhangenen Samstag in den Iden des Februars? Kathi schnaubte Ich versuche, Irmi zu erreichen. Ist sie da? Keine Ahnung, entgegnete Frithjof Hase. Ich komme gerade von einer Skitour zurück. Moment. Es dauert hier ein paar Sekunden. Das Auto ist weg. Haben Sie es schon auf Ihrem Handy probiert? Da geht nur die Mailbox an. Ja nun, das übliche bayerische Funkloch. Irmi pflegt sich nicht, bei mir abzumelden. Bitte, Herr Hase. Irmi war gestern bei einer wichtigen Zeugin. Leider hat sie es vorgezogen, uns im Unklaren zu lassen. Sie wollte sich heute früh melden. Nun ist Mittag durch. Und den Weinzierl erreiche ich auch nicht. Sein Handy läutet ewig. Eine Mailbox ist ihm wohl zu luxuriös. Scheiße. Der Hase schwieg sekundenlang. Sie nehmen an, die beiden sind zusammen unterwegs. Ja, und ich habe ein total schlechtes Gefühl. Ich weiß, Intuition ist eher Irrmisding, aber da stimmt was nicht. Treffen wir uns im Büro, schlug der Hase vor. Gerne. 25 Minuten später, es war 14 Uhr geworden, trafen sie ein. Sie telefonierten etwas herum und erfuhren, dass Irmi weder bei Lissi noch bei ihrem Bruder war. Weinzierls Vermieterin meinte, dass er vor 6 Uhr morgens weggefahren sei. Denn dann komme Sir Sebastian, sein Hund, nämlich immer im Lauf des Vormittags zu ihr. Wenn Weinzierls Handy an ist, dann können wir es mit Sicherheit leichter orten, sagte der Hase. Rufen Sie die Staatsanwaltschaft an? Ich setze mich schon mal an den PC. Kathi rauschte hinaus und war schnell zurück. Ich habe das okay. Das hätten wir aber auch ohne Zustimmung der Staatsanwaltschaft gemacht, oder? Der Hase nickte. Er beherrschte das Versenden einer sogenannten stillen SMS, und bekam auch flugs die GPS-Daten. Ich habe es bei Irmis Handy auch versucht, da bekomme ich aber nichts, meinte er. Was bedeutet, dass es gar nicht sendet? Sie wird kaum die SIM-Karte oder den Akku entfernt haben, oder? Das gefällt mir nicht. Kathi gab die Koordinaten ein und starrte auf die Karte am PC. Das ist am Uri-See in Tirol. Was macht der Weinzierl denn da? Wir fahren hin, dann wissen wir es, erwiderte der Hase mit beherrschter Stimme. Da gibt es ein Bordell, sagte Kathi leise. Ich wage zu bezweifeln, dass er und Irmi dort auf eine Swingerparty gegangen sind, meinte der Hase. Sehr witzig. Es war mutig oder vielleicht auch todesmutig vom Hasen, bei Kathi ins Auto einzusteigen. Sie bretterte aus Garmisch hinaus und durchs Außerfern. Nach einer guten halben Stunde waren sie vor Ort. Das ehemalige Hotel, das nun in der Tat ein Saunaclub war, war etwas höher gelegen. Der Wanderparkplatz war zu dieser Jahreszeit fast leer. Sie stiegen aus und sahen sich etwas unschlüssig um. Kathi ging zum Uri-See hinunter, der blau im Waldgürtel lag, oder eher grün-türkis. Am gegenüberliegenden Ufer stand ein Bus. Das ist Weinzels Wagen, rief Kathi. Über den Feldweg am See entlang, los! Sie hasteten wieder zum Auto und Kathi raste um den See, bis sie Weinzels VW-Bus erreicht hatten. Kathi zog ihre Waffe und näherte sich dem Wagen. Die Fahrerkabine war leer. Sie nickte dem Hasen zu, der in den Griff der Seitentür fasste. Sie ließ sich problemlos öffnen. »Au Scheiße!«, entfuhr es Kathi. Im Wagen lag ein Toter, aber eindeutig nicht Weinzels. Der Mann im Wagen hatte eine Schutzverletzung am Oberschenkel und einen Kopfschuss. »Wo stecken ihr mir und der Weinzels?«, sagte Kathi ins Leere, denn der Hase war verschwunden. Wenig später war er wieder aufgetaucht. Er trug mittlerweile Handschuhe und hielt Kathi mit spitzen Fingern ein Handy entgegen. »Schauen Sie mal, was unterm Beifahrersitz lag. Das haben wir vorhin geortet. Von den beiden Kollegen keine Spur. Was macht der Tote im VW-Bus? Frau Rennl, wir sollten uns beeilen. Ich fürchte, ihr schlechtes Gefühl hat sie nicht getrogen.« Ermi sah den roten Punkt, oder besser, etwas in ihrem Unterbewusstsein nahm ihn wahr. Sie war angestrengt vom Gespräch der Männer, vom stetig dahin plätschernden Vortrag dieses Herrn Kluge. Der rote Punkt erinnerte sie an den Laserpointer für Katzen, den sie mal ausprobiert hatte. Die beiden Kater waren völlig aus dem Häuschen gewesen. Dabei war so ein Laserpointer im Grunde ein fieses Spielzeug, denn man jagte und jagte und jagte und kam zu keinem Erfolg. Eine Beschreibung, die ihr auch auf die vergangenen Wochen in ihr Missleben gepasst hätte. Sie und der Hase waren von Haus zu Haus, von Hof zu Hof gejagt. Der rote Punkt bewegte sich hektisch und Ermi blickte durchs offene Fenster in die Richtung, aus der er kommen musste. Im Graublau des Himmels nahm sie eine merkwürdig wischende Bewegung wahr. Ermi machte einen Schritt auf den Hasen zu, wollte etwas sagen. In dem Moment fiel ein Schuss. Der Mann neben ihr sagte zu einem laschen Bündel zusammen. Ermi stürzte zu ihm. Sein Hemd war blutig. Eine Kugel schien die Herzgegend getroffen zu haben. Auch der Hase war sofort da und versuchte, die Wunde zuzuhalten. Ermi stürmte nach draußen und rief den Notarzt. Das Wort Schussverletzung wurde vom Wind verzerrt und über den Auerberg getragen. Schnelle Wolken formierten sich und lösten sich wieder auf. Als Ermi wieder hineinging, schloss der Hase gerade die Augen des Mannes. Er sah auf, schüttelte den Kopf. Der Mann war binnen weniger Minuten verstorben. Weg vom Fenster, sagte der Hase mit fester Stimme und schob die beiden anderen Männer in Richtung der offenen Küche, wo sie fassungslos und paralysiert stehen blieben. Ermi sah hinaus. Der Februarhimmel spielte weiter Farbmalkasten in hellgrau und dunkelgrau. Ab und zu gaukelten unregelmäßige blaue Flecken vor, dass das Wetter noch schön werden könnte. Währenddessen kam die Wahrheit in aller Härte bei ihnen an. Soeben war einer aus ihrer Mitte erschossen worden. Mitten ins Herz. Der Hase war neben Irmi getreten. Du solltest Weilheim anrufen. Mach ich gleich. Wo kam der Schuss her? Hier ist überall offenes Gelände. Keine Gebäude und nichts, wo man erhöht stehen könnte. Der Hase sah sich um. Hast du irgendwas bemerkt? Ich meine, vor dem Schuss? Da war ein roter Punkt am Himmel und eine Art Wischer. Das klingt blöde, ich weiß. Nein, gar nicht. Ich würde nach dem ersten Augenschein auch sagen, der Schuss kam von schräg oben. Ja gut, aber woher genau? Drohne? Meinte der Hase lakonisch. Irmi starrte ihn an. Eine Drohne? Hier am Arsch der Welt gibt es einen Drohnenpiloten, der so versiert ist, dass er einen Mann erschießen kann. So kaltblütig. Ich befürchte ja. Eigentlich waren sie ganz privat hier gewesen. Doch nun steckten sie mitten in einem Mordfall. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie euch das Hörbuch gefallen hat. Hörbuchsprecherin ist wie immer bei den alten Krimis Michaela May mit ihrer klaren, verständlichen Stimme. Davon konnten wir uns der Hörprobejahr ein Bild machen. Das gekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 7 Stunden und 38 Minuten. Das Hörbuch ist am 1. März 2021 bei Hörbuch Hamburg erschienen. Hier rechts findet ihr wie immer eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Hörbuch referengst dark in 8 Stunden. Bis zum nächsten Mal. Hast du schon wirklich? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.